Innovationspreis im Rahmen des Staatspreis Multimedia und E-Business 2013 Technische Universität Graz, Institut für Softwaretechnologie mit Catrobat. Catrobat ist ein mobiles, sehr einfach zu benutzendes Kreativitätswerkzeug für Kinder und Jugendliche. Ziel ist, ihnen das spielerische Aneignen von Entwicklungs- und Animationsvorgängen zu ermöglichen. Das Programmieren erfolgt komplett durch Bewegen Lego-artiger, grafischer Blöcke mit den Fingern. Catrobat erlaubt es den Kindern, ihre Programme zu veröffentlichen und anderen frei zur Weiterverwendung zur Verfügung zu stellen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017